so die laden war ich wusste es was wusste dass du das outfit wir haben ein bisschen gefummelt in der garderobe ja weil es gab viele neue dinge zeigen sie es könnte nicht unterschiedlicher sein aber auch dieses diese farbkleckse das ist ja schon mal schön ich finde den geil oder voll geil das ding als vorher noch gar nicht das ist ja voll nice das mag ich moderne farm ist klar dann muss er natürlich auch ein bisschen natürlich schnickschnack sein richtig so sieht ziemlich aus ganz klare sache aber kurz hier ja mal die idylle hier betrachten ach so ja apropos kann man da kann man da also geht das ja da hoffe ich mal ja nie warte mal ich warte mal ja ja klar ja mal ja gut schneid gerade jetzt ein bisschen scheißegal aber ja kann man ja Also wir wollen ein bisschen was ernten, glaube ich. Ja, also wir müssen. Stimmt, dann guck mal unser Geld an, ja. Wir sind ja bei null, stimmt, da war ja was. Ja, schön bei null anzufangen. Ja, klar. Ach, zack, hunderttausend. Ach so, hm, ja, nee, klar. Aber haben wir nur noch woanders auch nochmal diese Kürbisse? Oder waren die nur hier? Ich glaub die... Die geben so viel Erfahrung, das gibt's gar nicht. Ach du Scheiße. Oh lord, ich bin ein und dreißig, was sah denn los? Eine halbe Mille. Ne, das, das, das sehe ich so nicht, ne, das ist mir zu viel. Das, äh, uff. Einfach nur uff. Wir haben... Ja. Oh! Wir haben jetzt durch das neue Level, wir haben hier Honigmelone freigeschalten. Honigmelone! Ja, gibt's noch im Frühling und im Sommer. Ähm... Ist es die Frage, was pflanzen wir hier an? Ich geh erstmal in die Stadt. Ähm... Ja, okay, also hier sind auch nochmal Eichelkürbisse. Oh. Ja, gut, klar. Aber die brauchen noch zwei Stunden. Ja, ne, gut, das ist ja... Also einige zumindest. Äh, aber einige kann man... rupfen. Ja. Die sind vereinzelt, wie auf dem anderen schönen Feld, du weißt ja. Oh. Ich... erinnere... äh, ja. Ich erinnere mich. Ne? Das wunderschöne, symmetrische, angebaute... äh, am Ende der letzten Folge... äh... 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 Oh, da muss ich mir direkt auch drüber. Ich brauch ein paar Likes. Da ist ja... boah, da muss aber alles weg, hier. Da ist ja Schmutz. Boah. Ich steh mir nicht so an da. Ja, nee, also da ist ja wirklich alles... also ich weiß ja nicht, weil ich alles sei. Das ist ein reinster Gemüsesalat. Ja, also... äh... genau, genau. Das ist... Bah. Äh, die... vor allem diese... dieser eine... Eiselkirbis hier mit sieben Stunden. Das war einfach so... Echt? Braucht er noch sieben Stunden? Ja. Just lonely. Einfach nur. Es ist... Hm. Es ist... Nun. So, ich geh mal kurz zum Gänseblümchen und zur Apfelrose und zum Gänseblümchen. Ja. Ich geh dann gleich nochmal in die Stadt. Ich wollte dann mal... äh... mal Quests machen, mal sehen, was da zu machen ist. Dann gucken wir mal... Wohmblume. Hm. So, was hast du hier? Natürlich. Ja, will 18.000... nee, das kannst du vergessen. Nee, 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 nö. Nö. Einfach nö. Für was denn? Ja, für 90 Diamanten. Ach so, nee. Yeah. Das ist also... Es ist ja lachhaft. It's laughable. Richtig. Die braucht Getreide. Oh! Wo ist es... Ich weiß nicht wann diese Quest immer wieder resetten. Ist es Frühling immer? Hm. Ich weiß es nicht. Ich hab' ich noch nicht so, äh... Also die resetten immer... Ich bin einmal der Zyklus durch ist. Wo... 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 Uff. Uff. Bambus müssen wir anpflanzen. Ja, siehst du, da ist schon die nächste... Die nächste Quest. Die Trauben hab' ich auch keine... Uff. Sieht aber auch schlecht aus in den Quest. Sag' ich dir mal so wie es ist. Ja. Wir haben zumindest wieder 13 Medaillen. Ja, wir kriegen gleich noch mehr, weil Clownfish, Schwarzer... Haben wir auch gleich fertig. Ja, okay. Ach, stimmt. Ja, ja, richtig. Das ist ja hier. Ja. Ne, nicht der. Ja. Haha. Der Schwarze. Der Schwarze. Ja, ich find' keine Schwarzen hier. Ach, hier. Ja. So. Ja, bitte. Boah, was denn? Du musst Fische verkaufen jetzt. Wir haben... Wir haben alles zu viel gerade. Guck doch mal auf die... Ja, ich seh's. Blumen auch sogar. Was? Ja, ja. Äh... Nöfe. Eier. Getreide ist mir erst mal Wurst. Ne, das ist Getreide. Ach so, ja gut, klar. Verwechsel ich mal. Kein Problem. Dafür bin ich ja da. Ja, nun gut. Klar. Wir müssen den Blumenladen eigentlich mal... Oh, den kann man sogar verbessern. Weil den bezahlst du mit Diamanten. Oh, nur dann. Ja gut. Und mit Fisch. Tomaten auch voll. Und nochmal mit Diamanten. Ja, dann machen wir auch noch mal. Ja, guck mal an. Da haben wir ein bisschen Platz geschafft wieder. Oh, Schweine sind ein bisschen... äh... schwerfällig. Das dauert ein bisschen, bis wir... Ja. Das dauert, ja. Das dauert, ja. Das dauert, ja. Ja, ich mich ja mal was, ey. Nein. Ach, Getreide, siehste. Ja, das müssen wir dann gleich mal ein bisschen anbauen hier. Nein. Kein Getreide. Wagner. Alter. Es hört einfach nicht auf. Tja, was soll ich sagen? Das ist ein Traum, würde ich sagen. Ist es. Ist es. Ja, krass. Okay. Wir waren 800.000. Das ist heftig. Soll ich die Hälfte da vorne mit Kürbissen schon machen? Boutique. Nee, brauchen wir nicht. Ich glaube, es ist Level 40 dann erst. Kürbisse? Ja, diese Eichelkürbisse. Achso. Ja, also bis 400.000 würde ich machen. Ja, ne? Ja. Äh, drei dahin. Ja, bitte. Ja. 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 und neue blumen gibt es auch sehe ich gerade mysteriöse arabische tulbe und feigen kaktus ich gerade und bambus klar das muss man anfangen aber ja das ist einiges für dich da das ist auch fein oh nein mir ist das ja nur ungern wir haben drei neue fisch haben rotlachs ist noch billiger ja aber topaz schwert für 3700 und der weise doktor fisch mit 4600 die mysteriöse arabische tulbe ist ja die neue blumenart die ist auch bei 43 ich mache immer neue sprenglein ja das war eine hervorragende idee nicht wahr da geht aber also der der lachs der lachs der rotlachs ist billiger rotlachs ist jetzt schon fertig gebastelt ja jetzt haben wir nur noch 200.000 ja noch mal gäbe zucchini voll machen mit einem feld ja beim großen würde ich doch sagen oder ja ja würde ich auch sagen ach gelbe haben wir zurzeit gar nicht scheiße oh kirschtomaten haben wir cool oh ja gibt es die im sommer sommer und herbst ja dann nehmen die normalen ja oder hat kartoffeln ja 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 da ist nichts bessere weil die grünen zufrieden ist ja würde ich erstmal mit den fischen pausieren ja krass wie teuer so eine scheiße wird ja das stimmt ja wir wollen ja meistens fressen haben hier ja ja ist aber schon also den mais habe ich angepflanzt ja der getreide ich pflanze hier mal neben den tieren die grüne zucchini ja so hmmm hervorragend sehr gut sehr gut na guck mal an schon wieder kein sprit meine frage das geht aber auch flott hier wie teuer ist denn eigentlich bambus oder anschaffung bambus ja 4500 einer einer das ist das problem die haben aber auch keine ertrag wir haben nur an 80 80 gold an ertrag ja gut aber die muss ja dann halten nicht wieder anpflanzen aber wir bauen die halt für die quest ja das problem also vielleicht so ein neuner sein vielleicht 20 und neuner steck sein leicht wir können ja sowieso also wir wollen ja sowieso die bäume umpflanzen nicht machen ja wo sollen sie denn hin an dem feld jetzt ja das fällt kommt ja weg na ja tatsächlich das kann ich mal eben tatsächlich weg machen man ist ja alles und macht und tut hallo schützfenster geh weg oh nein ich habe es ausgelassen oh nein nein mehr kann ich gar nicht das ist ja 100 felder kannst du aha perfekt ja dann fange ich einfach gar mit welchem baum wir anfangen ja jetzt soll das eigentlich wusste du kannst halt dann hin und her pflanzen bewegen aber dann mal hier na gut du bist noch ist nur die frage wie viel ich davon mache jetzt habe ich zwei neuner stecks gemacht von dem bambus und da waren mal eben 40.000 weg ne bei einem also bei einem neuner steck ja deswegen würde ich glaube ich so ich würde es glaube ich viel mit den blumen machen dass wir auch hier bei den bäumen so ein 4x9er ja genau genau 4x9er für die oder ja na klar weil es ist ja es ist ja immer noch passives einkommen ne naja jetzt die frage soll ich halt nochmal die bambus hier hin basteln ja noch haben wir das geld ne noch haben wir das geld ja ok krank ich weiß nicht willst du dann die ganzen hier abreißen und dann hinten neu pflanzen oder die dahin bewegen genau das mal richtig bewegt ihr dahin okay aber die hier noch sind die kann ich ja noch mal kurz abeenden ja habe ich gerade schon aber das apfel ist gerade voll ne du nicht wo ist der apfel heine hier bist du ja hm hm das hier ist ja ich glaube das sind sogar alles vierer dinger die ich hier hingestellt habe ja die neueren hast du so anscheinend können wir mal gucken also die mittigen auf jeden fall ja drei 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 ja das ist ein vierer ähm huch ach so was habe ich denn jetzt gemacht die habe ich jetzt neu gepflanzt hey die wollte ich ja gar nicht da habe ich die jetzt dahin bewegt die habe ich dahin bewegt oh gott steuerung ja wie bekomme ich denn die markierten felder wieder weg mit b ne irgendwie passiert ja nichts ach du jetzt alles klar ja du musst ja manchmal mehr was drücken so so also nochmal okay die kommen jetzt hinten hin das dürfte jetzt ein beten ja nun klar ach ja kann ich ja hier zack 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 so ja eine klar hm banane hast du ein bisschen weniger ne oder? ne bananen müssten auch volle vier dinger sein fat tatsache zack 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 red gritt na bergets ja genau Wenn wir Thunfisch haben, können wir den Greta nennen? Finde ich maximal witzig, warum auch immer. Was denn? Was denn? Achso, ja, nee, knick in der Optik. Ja, ich kann die Maulbeerbäume, die kann ich aber noch nicht vervollständigen, weil wir haben kein Geld dafür, um das zu vervollständigen. Wir haben kein Geld dafür. Ja. Reicht das? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017